Im Tag und es ist, wir haben es jetzt natürlich gehört, unter anderem der Tag, an dem die Nummer 2 der Setzliste in das Turnier einsteigen wird. Snakebite, Peter Wright und es geht zunächst einmal los mit Christo Reyes gegen Tony Halsinastas spanische Duell. Wer wird der Zweitrundengegner sein von Kevin Münch? Kim Heibrechts trifft auf James Richardson, der hat 2012 einmal Raymond van Barneveld hier aus dem Alley Pally gehauen und dann Darren Webster gegen Devin Peterson, abschließend dann Peter Wright gegen Diogo Portela, den sympathischen Brasilianer. Tony Halsinastas haben wir hier groß im Bild, der eine kommt aus Teneriffa, er hier von der Urlaubsinsel Mallorca. Auch schon zum wiederholten Mal bei der Darts-WM mit dabei. Ein spanischer Dauerbrenner der Halsinastas und Christo Reyes ist so ein bisschen die Neuerscheinung, aber mit einer Gewalt hier reingekracht, wirklich imposant und den Dragos haben wir gerade in der Mitte gesehen, der guckt ein bisschen weiter auf die beiden Jungs, dass sie da sich nicht verlaufen und anständig zur Bühne eine vernünftige Show abliefern. Toller Moment für Darts Spanien. Ein, geht auf jeden Fall weiter, weil dann kommt Kevin. Zack, diese Gemächtigung. El Dartador. Das ist der Spitzname von Tony Halsinastas. The Rebel. Chris Correyes. Ich dachte, er wäre Spantan. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, yes, 1-0. Nein, nein, nein. 10-1. Was, hier kommt schon wieder nichts. Könnt ihr mir in Haugen mal ein bisschen neu raushen? Ich verstehe den. Trinste Räis, er hat's vor drei Jahren. Vielen Dank.